Hallo und schön, dass du wieder da bist bei Zeichne Dich Schlau. Heute machen wir gemeinsam eine kleine Reise ins Weltall. Wir lernen die Planeten unseres Sonnensystems kennen. Dafür habe ich dir eine kleine Geschichte mitgebracht. Bist du schon neugierig? Dann hör ganz genau zu. Los, komm, es geht, flüstert Julius seiner kleinen Schwester zu. Also, nichts wie weg von hier. Wenn Mama und Papa abgelenkt sind, sprich der Papa sitzt auf dem Klo und die Mama telefoniert mit ihren Freundinnen, dann nutzen die Geschwister Julius und Nora die Zeit, um gemeinsam Verstecken zu spielen. Es ist noch nicht so lange her, als sie das Geheimnis des Kleiderschrankes entdeckten. Im Ankleidezimmer der Eltern geht das Versteckenspielen am besten und der Schrank von Papa ist das verrückteste Versteck aller Zeiten. So machen sie sich auch wieder, weil die Luft rein ist, auf den Weg zu Papas Kleiderschrank. Sie öffnen ihn und da erscheinen nicht wie sonst Hemden, Hosen oder muffige Socken. Nein, ihnen öffnet sich der Zugang zu einer anderen Welt. Sie sehen winzige Sterne, verschieden große Planeten und eine Rutsche. Auf die springen sie und... In Windeseile sausen sie die Rutsche hinunter und landen etwas unsanft auf ihrem Po. Herzlich willkommen auf dem Mond, ruft ein kleines Mondmännchen. Wir haben eure Superheldenmännchen schon bereitgelegt. Viel Spaß auf eurer heutigen Erkundungstour durch das Weltall! Danke, rufen die Geschwister im Chor. Nora bekommt einen blauen Umhang und eine Maske auf. Julius' Umhang und Maske sind rot. Mit diesen Outfits haben sie die Möglichkeit, im Weltall zu schweben und sich alles ganz genau anzusehen. Sie haben schon viel über Planeten und Sterne gehört. Doch sie nun mit ihren eigenen Augen vor sich zu sehen, das ist unschlagbar. Sie heben ab vom Mond und Hand in Hand fliegen sie durch das Sonnensystem. Achtung, Julius! Bitte denk dran, wir dürfen nicht so nah an die Sonne fliegen. Sie ist unbeschreiblich heiß. Die Temperatur der Sonne erreicht bis zu zwei Millionen Grad Celsius. Die Mondmännchen haben uns extra aufgeklärt, dass die Sonne am gefährlichsten ist. Die Mondmännchen haben für die Tour im Weltall extra für Besucher eine Route mit Pfeilen abgesteckt, damit aufgrund der heißen Sonnenstrahlung nichts passieren kann und sie in die richtige Richtung fliegen. Alle Planeten drehen sich um die Sonne. Die Tour beginnt also bei dem Planeten, der der Sonne am nächsten ist. Der Merkur. Er ist der kleinste Planet und schaut etwas komisch aus. Es liegt daran, dass durch viele Einschläge vom Meteoren die Oberfläche von Kratern übersät ist. Als zweiter Planet erscheint vor den Augen der Kinder die Venus. Sie ist etwa so groß wie die Erde. Da sie näher an der Sonne ist, ist es bei ihr kuschelig warm. Es gibt kein Wasser dort. Dafür gibt es unzählige Vulkane und die Oberfläche besteht hauptsächlich aus vulkanischem Gestein. Die Reise geht weiter zur Erde. Die kenne ich doch, ruft Julius. Auf der Erde leben wir Menschen. Sie ist der dritte Planet und der einzige mit flüssigem Wasser. Deswegen können Pflanzen wachsen, die uns Menschen und die Tiere mit genügend Sauerstoff versorgen. Unsere Erde hat genau den richtigen Abstand zur Sonne. Hier ist es nicht zu heiß und nicht zu kalt. Als vierten Planeten entdecken die Geschwister den Mars. Er wurde wegen seiner roten Farbe nach dem römischen Kriegsgott Mars benannt. Auf dem Mars gab es anscheinend einmal Wasser. Heute ist die Luft allerdings zu dünn und die Temperatur zu niedrig, so dass es kein Wasser mehr dort gibt. Es kommen auf diesem Planeten viele Staubstürme vor, weswegen der Himmel vom Mars viel feinen Staub enthält und ihn dadurch orange-rot erscheinen lässt. Über den Mars wissen die Menschen mittlerweile genauso viel wie über die Erde. Es waren schon mehr als 20 Raumsonden dort, die diesen Planeten erforscht haben. Nun fliegen sie am fünften Planeten vorbei, dem Jupiter. Er wird König aller Planeten genannt, weil er der Größte ist. Er besitzt dünne Ringe und hat nicht wie die Erde nur einen Mond. Nein, er hat 69 Monde. Er ist auch einer der hellsten Planeten und man kann ihn sogar von der Erde aus sehen, wenn er sich ihr nähert. Weiter geht es zum Saturn. Der Saturn besitzt Ringe, weswegen man ihn Ringplanet nennt. Sie bestehen aus Gestein, Eisbrocken und Staub. Der Saturn ist der zweitgrößte Planet und dort herrschen viele gewaltige Stürme. Der siebte Planet nennt sich Uranus. Er ist schon so weit von der Sonne entfernt, dass es nur wenig Licht und Wärme gibt. Zum größten Teil ist dort alles gefroren. Den zwei Kindern wird schon ganz kalt. Schnell weiter, ein Planet weht noch. Der achte Planet ist der Neptun. Er schaut aus wie ein eisiger blauer Riese. Der Neptun besteht hauptsächlich aus Gas, Wasser und Eis. Dort herrscht eine kalte und dunkle Welt. Mir ist so kalt, jammert Nora. Julius ist begeistert. Die Kälte ist mir egal. Hier schaut es einfach nur wunderbar aus. Ich kann mir gar nicht alle Planeten merken, sagt Nora. Julius antwortet. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Wenn du nun von jedem Wort den Anfangsbuchstaben anschaust, dann sind das die Anfangsbuchstaben der Planeten. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Julius und Nora hören ein Rauschen. Und nein, wir müssen schnell nach Hause. Das war die Klospülung. Papa ist fertig, ruft Julius. Die zwei fliegen schnell zurück zu den Mondmännchen. Danke für die tolle Tour, ihr lieben Mondmännchen, sagt Nora. Sie legen ihre Umhänge und Masken ab und setzen sich in eine Schleuder. Die Mondmännchen zählen. Drei, zwei, eins und los geht's. Julius und Nora werden direkt zur Schranktür geschossen und schon stehen die zwei wieder im Ankleidezimmer der Eltern. Ach, hier seid ihr, sagt Mama. Ich hab euch schon gesucht. Glaubst du eigentlich, dass es irgendwo im Weltall Außerirdische gibt? Außerirdische sind Lebewesen, die nicht auf der Erde wohnen. Viele Wissenschaftler glauben, dass es Leben auch woanders geben könnte. Stell dir vor, auf deinem Lieblingsplaneten leben Außerirdische. Wie würden sie aussehen? Zeichne deinen Lieblingsplaneten. Und, wenn du möchtest, einen Außerirdischen, der dort wohnt. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Mach's gut. Hat dir das Video gefallen? Dann gib mir einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.